Hey, hallo, herzlich willkommen! In diesem Video erkläre ich dir kurz, was der Konjunktiv überhaupt ist, welche Konjunktivarten es gibt und wie man ihn bildet. Beginnen wir mit dem Satz. Die Brücke ist faszinierend. Dieser Satz drückt einen Sachverhalt in der Wirklichkeit und in der Gegenwart aus, also im Indikativ Wirklichkeit Präsens, Gegenwart. Wenn diese Brücke jetzt aber noch gar nicht existiert und ich mir nur vorstelle, wie sie sein könnte, dann lautet der Satz, diese Brücke wäre faszinierend. Dieses wäre drückt hier in unserem Beispiel einen Wunsch, eine Vorstellung bzw. eine Vermutung aus. Man spricht in der deutschen Grammatik von der Möglichkeitsform, also dem Konjunktiv. Genauer hier vom Konjunktiv 2. Denn der Konjunktiv 2 wird verwendet, wenn ich einen Wunsch, eine Vorstellung, eine Vermutung oder auch eine höfliche Bitte zum Ausdruck bringen möchte. Der Konjunktiv 2 wird gebildet, indem man das entsprechende Verb zunächst in das Präteritum setzt, also in die erste Vergangenheit. Anschließend entfernt man mögliche Endungen, sodass nur der Präteritumstamm des Verbs übrig bleibt. Der Stamm eines Verbs ist in der Regel genau das, was bei der Konjugation, also Beugung, eines Verbs immer gleich bleibt. An diesen Präteritumstamm nun wird einfach die entsprechende Konjunktivendung e, est, e, n, et, n angehangen. Und fertig ist der Konjunktiv 2. Noch ein Hinweis. Wenn der Präteritumstamm ein Vokal wie a, o oder u als Stammvokal enthält, wird im Konjunktiv meist der entsprechende Umlaut gebildet. Aus war wird dann eben wäre, aus hat wird hätte. Schauen wir uns dazu noch einen Beispielsatz an. Sie liest ein Buch. Im Konjunktiv 2 lautet der Satz, sie lese ein Buch. Das Ungünstige an diesem Satz ist jetzt, dass diese Konjunktivform lese wirklich sehr veraltet und ungewöhnlich klingt. Insofern benutzt man stattdessen lieber die Umschreibung mit würde, sodass folgender Satz herauskommt, sie würde ein Buch lesen. Der folgende Satz, sie hörten Musik, ist im Präteritum. Wenn wir diesen Satz jetzt in den Konjunktiv 2 setzen, erhalten wir Sie hörten Musik. Es besteht also kein optischer Unterschied zum Präteritumsatz. Der Indikativpräteritum ist mit dem Konjunktiv 2 identisch. In solch einem Fall empfiehlt sich auch die Umschreibung mit Würde, damit man eindeutig erkennen kann, dass es sich bei dem Satz um eine Vorstellung, einen Wunsch, eine Möglichkeit etc. handelt. Wir erhalten also, sie würden Musik hören. Kommen wir zum Konjunktiv 1, indem wir uns folgenden Satz in der direkten, wörtlichen Rede anschauen. Jemand sagt also, Wenn wir jetzt diese Aussage wiedergeben wollen, müssen wir den Konjunktiv 1 benutzen, um eben auch auszudrücken, dass dieser Satz nicht von uns stammt, sondern von jemand anderen ist. Der Satz bekommt dann einen Redebegleitsatz und sieht folglich so aus. Der Konjunktiv 1 wird im Prinzip genauso gebildet wie der Konjunktiv 2, mit einer Ausnahme. Man benutzt den Präsensstamm und nicht den Präteritumstamm des Verbs. Die Konjunktivendungen, die man an den Präsensstamm anhängt, sind die gleichen wie beim Konjunktiv 2. Eine Ausnahme von dieser Regel bildet das Verb SEIN, welches als Konjunktivstamm SEI benutzt und in der ersten und dritten Person Einzahl keine Endung bekommt. Schauen wir uns noch ein paar Besonderheiten zum Konjunktiv 1 an. Dazu nehmen wir die wörtliche Rede. Wir erleben Kartentricks. Wenn wir diesen Satz in die indirekte Rede umformen, ergibt sich im Konjunktiv 1 folgender Satz. Er erzählte, wir erleben Kartentricks. Da hier die Verbform identisch mit der Präsensform ist, ist der Konjunktiv 1 eher ungeeignet für diesen Satz. Wenn solch ein Fall auftritt, geht man weiter zum Konjunktiv 2. Also setzen wir den Konjunktiv 2 in die indirekte Rede und erhalten, er erzählte, wir erlebten Kartentricks. So richtig perfekt klingt das auch noch nicht, da diese Verbform jetzt identisch mit der Präteritumsform ist und immer noch kein Konjunktiv deutlich wird. Uns bleibt also in diesem Fall nichts weiter übrig, als in der indirekten Rede die Umschreibung mit Würde zu verwenden und erhalten dann, er erzählte, wir würden Kartentricks erleben. Endlich wird der Konjunktiv deutlich. Wir merken uns. In der indirekten Rede setzen wir zunächst immer den Konjunktiv 1 ein. Ist dieser identisch mit einer Präsensform, folgt der Konjunktiv 2. Ist dieser wiederum identisch mit einer Präteritumsform, folgt schließlich die Umschreibung mit Würde. Ein letzter Hinweis noch zum Konjunktiv 1. Wir nehmen wieder unsere direkte Rede. Wir erleben Kartentricks und bilden jetzt in der indirekten Rede einen Das-Satz. Zwei Möglichkeiten ergeben sich. Er erzählte, dass wir Kartentricks erleben oder er erzählte, dass wir Kartentricks erleben würden. Und jetzt kommt das Schöne. Es ist vollkommen egal, welche Form du benutzt, denn in der indirekten Rede in einem Das-Satz kannst du sowohl den Indikativ benutzen wie auch den Konjunktiv beziehungsweise die Umschreibung mit Würde. Alles ist möglich, nichts muss. Das war's schon. Jetzt weißt du, welche Konjunktivarten es im Deutschen gibt und wie man diese bildet. Wenn du jetzt besser durchblickst, dann gib meinem Video doch eine positive Bewertung, kommentiere es, teile es oder abonniere meinen Kanal für mehr Erklärvideos aus dem Bereich der deutschen Grammatik.